Boah, das sieht schon wirklich schön aus, das Game, das muss man halt echt sagen. Guck mal, wie der Schnee hier auf die Seite geht beim Laufen, guckt euch das mal an. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu meinem nächsten Projekt, Fate to Silence. Jawohl. Gut, was soll ich sagen, das Spiel befindet sich noch in der Early Access und ja, das wird eher so eine kleine Preview sein. Ich werde mir das Game erstmal ein bisschen anschauen und werde dann im Nachhinein entscheiden, ob ich das überhaupt weiterspielen möchte. Genau, das Game gibt es auf Steam für gerade 29, glaube ich. Ich habe 29 bezahlt, genau. Und ist von Black Forest Games, genau. Und ja, genau, was soll ich noch dazu sagen? Gucken wir mal schnell bei den Einstellungen, ob alles einigermaßen gut eingestellt ist. Ja, 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 das lassen wir. Gut, ich glaube, das macht es ja sowieso von selber. Und dann würde ich doch mal sagen, dass wir zusammen ein neues Spiel starten. Muss ich hier drauf drücken? Neues Spiel starten. Ah, nee, das ist hier. Bin mal gespannt, was mich erwartet. Der Trailer sah schon sehr vielversprechend aus. Ist halt wieder ein relativ RPG-lastiges Game, wo man so ein bisschen in der Wildnis überleben muss, glaube ich. Und das sind halt so Games, wo ich halt wirklich draufstehe, ne? Genau. Und mal schauen, wie backfrei das Game ist. Ja, 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 ja. Ich bin nicht fertig mit dir. Nicht noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Du schade, ich triumphierst. A new cycle beginnt. So, und da starten wir auch schon. Okay, wir sollen rausgehen, aber niemals vergessen, dass die letzte Flamme nicht erlöschen soll. Ich muss nur gerade die Empfindlichkeit von der Maus ein bisschen runterstellen, die ist mir doch relativ hoch. Video-Settings, Steuerung, Mausempfindlichkeit, die machen wir ein bisschen runter. So, ist gut. Okay. Ja, viel besser. Schnapp dir deine Waffe, das Lager wird angegriffen. Gut, also wie gesagt, ich werde, das ist nur eine kleine Preview zu dem Game, um das mal ein bisschen auszuprobieren. Und ich werde im Nachhinein entscheiden, ob ich das dann wirklich auch längerfristig durchziehe oder ob das dabei bleibt. Je nachdem auch, wie viele Bugs momentan das Spiel hat oder vielleicht warte ich auch, bis das Game wirklich vollkommen fertig ist. Sieht auf jeden Fall bis jetzt schon mal relativ schön aus, auch mit den Lichteffekten. Und, ähm, ja, grafisch gefällt es mir wirklich gut bis jetzt. Schauen wir doch mal. Wow. Schauen wir doch mal, was sich hier uns offenbart. Gut, ich werde jetzt nicht vorlesen, was da oben steht, weil sonst überlagert sich meine Stimme mit der englischen vom Erzähler. Ähm, keine Waffe, gleich ist das vorbei. Wow. Ja. Ja, genau, ich habe doch keine Waffe. Schnapp dir deine Waffe und kämpfe um dein Leben. Eh. Und jetzt? Ja, ist gut. Ey, ich habe ja fast kein Leben mehr. Joa, was geht denn hier ab? Drücke, drücke, ne, umführen schnellen Angriff. Boah. Drücke rechte Maust, das ist beim Powerangriff. Komm schon. Wir sind tot. Okay, wir werden also gerade hier ins Gemetzel reingeworfen. Der Kreislauf beginnt vom Neuen, immer wieder. Du dachtest, das wäre das Ende? Oh nein, nur eine kurze Unterbrechung. Ein unaufhörliches Labyrinth an Entscheidungen und alle führen wieder zurück an den Anfang. Wiederbeleben. Mit Enter. Tod wieder. Okay, wir müssen es wieder von vorne. Es gedrückt halten, um die Frequenz zu überspringen. Gut. Also wir werden hier auch wirklich voll reingeschmissen gerade. Drücke X zum Erfassen. Drücke linke Maustaste für Schnellangriff. Rechte für Powerangriff. Gedrückt halten. Also. Left Alt für Blocken. Space für Ausweichen. Ja, der steht aber auch gerade da. Hä? Wo ist denn meine Waffe? Hä? Ja, aber ich habe doch gar keine Waffe mehr. Ich habe doch gar keine Waffe mehr. Ja, super. Ähm. Hallo, Leute? Ja, nicht laufen. Äh. Keine Ahnung. Ne, das ist laufen. Ja, das ist noch weniger. Boah. Ähm. Blockiere einen Angriff. Ist ja alles schön und gut, aber ich habe keine Waffe mehr. Oh, jetzt hier. Mit X. Oh, der hat wieder genauso viel Leben wie vorher. Das finde ich cool. In die Fresse. Sehr schön. Boah, das Feuer ist auch wirklich, sieht wirklich gut aus. Das kristall. Nur noch ein anderer von meinen starken Händen. Ignore ihn. Ah, okay, mit 1 kann man die Waffe ziehen Die haben ihre Slots Drücke beim Kristall, äh, was? Da kommt ein neues raus Drücke beim Kristall mehrfach hintereinander Um so schnell wie möglich die Interagieren-Taste, um die Seuche zu kontrollieren Bei welchem, oh, die Sonne blendet grad mega Bei welchem Kristall Ah, da hinten Drücke beim Kristall mehrfach hintereinander so schnell wie möglich Komm schon, komm schon, komm schon Ja, komm, ist okay Komm schon Ja, hab ich's geschafft, oder nicht? Boah, wir haben's geschafft Doch, wir haben's geschafft, sehr schön Boah Oh Was ist? Ah, überleben Feinfurt Ruhe dich in der Ah, hier wird's nochmal übersetzt Ruhe dich in der Nähe von Lagerfeuern aus Ah, ist noch nicht ganz übersetzt gewesen Vor Schneestürmenschützen suchen Bedeutet überleben Rekrutieren Andere Überlebende retten Deine Gefährten anführen Dein Versteck wieder aufbauen Und säubern Verseuchte Festungen vernichten Außenposten säubern Neue Territorien erobern Gut, machen wir weiter Oh, man kann hier auch bauen Das find ich geil Ja, okay Boah, aber das sieht schon wirklich schön aus Das Game, das muss man halt echt sagen Guck mal, wie der Schnee hier auf die Seite geht Beim Laufen Guckt euch das mal an Boah, das sieht richtig gut aus Das sieht richtig gut aus Gut, also wie gesagt Wir sollen Äste sammeln Und Nahrung einfach Um in der Wildnis zu überleben Das ist unsere jetzige Aufgabe, glaube ich gerade Haben wir unsere Waffe noch? Ja, einfach einen brennenden Stock Gut Ähm, nutze die Sicht der Finsternis um unverseuchte Ressourcen aufzuspüren Mit F Ah, gedrückt halten Boah Unverseuchte Ressourcen Da am Boden Kann man auch springen? Oder wie sieht das hier aus? Der macht nur eine Rolle Suche nach erforderlichen Materialien Um einen Bogen zu bauen Erstmal nehme ich Nahrung ein bisschen Boah, guckt euch das mal an Wie geil das aussieht Erforderliche Materialien Um einen Bogen zu suchen Ich hoffe, wir werden nicht angegriffen Ich nehme an, die Roten da hinten sind feindlich Ah, oben hat es ja so einen kleinen Ah nee, das sind einfach Rehe Boah, das sieht richtig gut aus hier Drücke Left Control Du schleichst wirkungsvoller, wenn du dich hinterm Objekt oder dem Gelände verbirgst Du dich leise bewegst, kannst du dich Monstern vorbeischleichen Sofern sie dich nicht sehen Ah, okay So kann man schleichen Ah, ich muss nicht gedrückt halten Okay, aber hier hat es ja noch gar keine Gegner Ah, doch, da Wie zum Teufel Okay, da habe ich meine Fackel Inventar, Gegenstände ablegen, schließen Ausgerüstet bin ich mit einer Fackel Und sonst noch nichts wirklich Verbleibende Leben Fünf Startet dann das ganze Spiel von vorne, oder was? Was haben die für eine Sichtweite, die Viecher? Oh Mann, der hat mich gesehen Wow Ja, easy Los Den schaffen wir, komm Boah, ist da mit uns noch einer, oder was? Das sind zwei Will der mich verarschen? Nein, da hätten wir nicht reingehen sollen Ey, ist der jetzt in den Boden rein? Der ist weg Okay Okay Materialien für den Bogen brauchen wir Oh, die Sonne blendet echt ein bisschen Ressourcengebiet Jagen Oh, wartet mal einen kleinen Moment, Leute Ich muss ein klein bisschen Oh, was? Wo ist das Vieh? Ich sehe es nicht Ah, hier Nee Hä? Ich muss hier mal weg Der soll mir nachlaufen Dann finde ich den auch Ah, kurz Stop drücken Ich muss echt ein bisschen dunkler machen Ah Hallo, Kamera? So Jetzt ist gut Wo ist denn das Vieh? Das kommt hier nur aus dem Boden raus Da hinten ist er Da hinten ist er Haben ihn gleich, haben ihn gleich Wir haben keine Energie mehr Kann man die auch plündern? Sammle genügend Feuerholz für ein Lagerfeuer Und es wird kalt Ah, oben rechts sieht man das Wir fangen an zu frieren Und wo kriegen wir Lagerfeuer? Ähm Vielleicht auch Ja, ich glaube Du siehst mit der Sicht Gerade irgendwie alles mögliche Was du brauchen kannst Was haben wir hier? Kann man nicht springen? Das wundert mich jetzt echt Ähm Ein Lagerfeuer Guck mal, da ist eine Hütte Oh, was haben wir hier drin gefunden? Verband Heiltrank Alles mögliche Alle nehmen Wurzeln Ja, das sind nur Oh, shit Verdammt Dann schauen, lad auf Oh, ey Wir frieren gleich Da komme ich noch nicht durch Sammle genug Feuerholz für ein Ja Deine maximale Gesundheit wird schrittweise verringert Sobald du frierst Ist mir klar Ich werde erfrieren gleich Aber ich Ich habe doch gar kein Lagerfeuer Äh, gar kein Feuer Wo kriege ich denn Holz her? Jetzt wird es gleich kritisch Ja Easy Wir werden jetzt sterben wahrscheinlich Oder was auch immer passiert Aber hier ist auch nicht wirklich Lagerfeuer Äh, nicht wirklich Holz Oder müssen wir viel weiter vor Ah, guck mal da auf dem Oh, ich deb Man sieht es hier oben auf dem Radar Komm schon Das wird eng Das wird eng Wo? Hä? Was? Die meisten Bäume von den Finsternis verseucht Und vergiften die Ähm, die wenigsten Stellen wertvolle Holzquellen dar Ähm, hallo? Oder sehe ich das auch so? Ja, hier zeigt mir das Radar an Dass hier Holz wäre Aber hier ist kein Holz Ja, das spinnt wahrscheinlich noch Scheiße, wir erfrieren langsam Super toll, ey Oh, das wird nicht lustig Hier leuchtet was Aber kannst du vergessen Hier ist nichts Oder willst du mir etwas sagen Dass ich Toll Nein, ähm Ruhe dich im Lagerfeuer Ich habe kein Lagerfeuer, Leute Ah, hier Rüste dich zuerst mit deiner Axt aus Ja, Leute Ich habe gar keine Axt Ähm Gegenstand ablegen Ja, toll Fackel Nein, nicht ablegen Nimm Nochmal Inventar Gegenstand ausrüsten Eine Fackel habe ich Ja, toll Aber ich habe kein Eine Axt Ruhe dich am Lagerfeuer aus Ähm, oder in einem Unterschlupf aus Um Gesundheitswiederherzustellen Vorhin war noch diese Hütte Wir gehen da rein Vielleicht können wir Vielleicht können wir da ein bisschen Uns aufwärmen in der Hütte Oh, das wird langsam echt eng Ja, das bringt mir nichts Ja, wir brauchen eine Axt Ganz klar Na toll Schon wieder so ein Mistvieh Nein, der platzt Ja, klar Scheiß auf den Können wir uns hier drin nicht aufwärmen Nee Eine Axt, eine Axt, eine Axt Hm Ruhe dich an einem Lagerfeuer Oder an einem Unterschlupf Um seine Gesundheitswiederherzustellen Ja, wir haben vorhin echt Jetzt schon die Hälfte Der Leben verloren Aber auch Weil ich Weil ich Ich habe gar keine Axt Was ist das? Das ist aber kein Lagerfeuer, oder? Nee Ja, jetzt bin ich wieder hier Toll Hier hat sie einen Baum Aber ich kann den Rüste dich mit einer Axt aus Im Inventar aus Wie soll ich denn bitte Sonst noch Holz finden? Das kann ich nicht aufheben Das war's gleich, meine lieben Freunde Das war's gleich Hier vielleicht Trockenes Holz Irgendwo Oh, da Ja, super Ich habe erstmal ein Holz gefunden Missgeburt Komm schon Oh, los Oh, ja super toll Ein Holz haben wir gerade mal gefunden Was haben wir hier? Äh, bringt nichts Aber ich nehme es trotzdem mit Da haben wir wieder was, oder? Nee, auch nicht Inventar Wir haben zwei von 20 Wie mache ich? Feuerholz Schwachverseuchte Zweige Oder Ich brauche 20 Stück Ist das dein Ernst? Als ob ich das jetzt noch schaffe In der Zeit Oh, ich habe keinen Bock Kommt auf die Viecher Öh Ah, wir werden angegriffen Okay Scheiße, ey Das schaffen wir niemals Wie Also Auch kein Holz mehr Oh, hier ist irgendwas vergiftet Oder so Der Boden Nicht gut Oh, da ist irgendwas schlechtes Keine Chance Ich könnte höchstens probieren Ganz am Anfang Da waren ja diese Äh Ich muss zum Anfang Ganz klar Hä? Ich will aber Nicht da, wo ich stehe Da will ich den Marker setzen Wart Genau, in die Richtung Ich laufe nochmal Vielleicht schaffe ich es noch Das wird knapp Aber vielleicht schaffe ich es Zum Anfang Da, wo wir gestartet haben Da war ja auch eine Art Höhle Und Oh, das wird richtig knapp Und auch Feuer Ich laufe in die falsche Richtung Ich muss hier den Weg Hä? Achso, ja Toll So Lauf Lauf, lauf, lauf Oh, das wird richtig knapp Komm schon Der müsste doch warm werden Wenn er rennt Von da sind wir gekommen Ey, ich weiß nicht Ob wir das schaffen Komm, da oben ist die Höhle Lauf Lauf Oh, nö Komm Oh, so knapp Okay Frage ist, wo starten wir jetzt? Naja, wieder ganz am Anfang Okay Gut Also Leute Ich tue es an der Stelle jetzt Mal beenden Ich mache aber auf jeden Fall noch einen zweiten Part Und ja Wenn euch das Video gefallen hat Gebt mir doch mal einen Daumen nach oben Jetzt weiß ich wenigstens so ein bisschen wie es geht Und auch wie ich das Holz finde Interested in freezing to death Genau Und Genau Und ansonsten würde ich euch sagen Wünsche euch noch einen schönen Abend Haltet die Ohren steif Und ciao Leute This feast Will taste bitter